Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 habe ich mir gedacht, ich warte kurz hier. Coole Blumen. Danke, ja, ich finde auch. Ich dachte mir, ein kleines Geschenk, weil heute vor zwei Jahren sind wir zusammengekommen. Jahrestag also. Hatte dir gerade was miteinander? Nein. Johnny! Lisa, ich wollte es dir schon länger sagen. Schon länger? Fuck! Vor kurzem ist einfach mehr passiert. Wie lange habt ihr schon was? Das weiß ich jetzt nicht. Fick dich! Nein, 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 bitte, es ist ja alles nicht so, wie es jetzt vielleicht rüberkommt. Eier! Wie ist es denn dann? Okay, es ist vielleicht ein bisschen so, wie es rüberkommt. Aber lass uns doch einfach zu machen. Nein, fick dich an, das ist ein scheiß Jahrestag. Und ich ziehe auch noch, ich kaufe diese Blumen und ich ziehe diese verfickten Schuhe an, in denen ich nicht mal laufen kann. Und du fickst mit Camilla! Kannst du uns alleine lassen? Voll. Nein, Camilla! Geh bitte. Sorry. Scheiße. Okay, können wir kurz in Ruhe reden? Ja. Okay. Bin echt gespannt, was du zu sagen hast. Was willst du denn, dass ich sag? Nichts! Ja, siehst du genau, das siehst du. Du rennst jetzt jedes Mal davon, wenn ich für dich hier was konfrontiere. Seit Wochen renne ich dir nach und man taucht so an uns am scheiß Jahrestag mal mit gelben Schuhen auf. Hast du die wegen mir angezogen? Darf ich? Ja. Ich will ja auch frei sein und ich wollte nie so was spießiges wie an den Jahrestag feiern. Aber das heißt ja nicht, dass du mit Camilla ficken musst! Mann, das war richtig kacke mit ihr! Entschuldigung. Nein, Jesus, nein. Ich muss dir auch was sagen. Ja. Ich habe auch mit jemand anderem geschlafen. Fick dich, Mann. Regst du dich wegen mir so auf? Ja, das war aber was anderes. Sorry. Das war aber was anderes. Was anderes? Ja, das war was einmaliges und kein Freund von dir. Arschloch. Er war Arschloch.